Oh mein der Kopf fällt bald ab. Ich schieße auf ihn und mir fällt das Bein ab. Hier ist irgendwas nicht in Ordnung. Guckt euch das Theater an. Moin, hallo und herzlich willkommen, Matze wieder am Start. Ja wir müssen immer noch, ich meine das sind ja 50 Skleps die wir erschießen müssen. Das dauert schon ein Weichen. Aber es musste auch unbedingt auf Streets sein, weil Streets hier absolut performant bei mir läuft. Wir laufen wieder runter zum Pine Mode. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es aber noch nie an einer anderen Stelle versucht. Das war jetzt bisher eigentlich, ja, lief sozusagen. Nicht immer erst rein im letzten Raid. Plus zweimal mit diesen 24 habe ich bloß 5 geschafft. Wir haben jetzt 29, uns fehlen noch 21 Skleps. Theoretisch könnte ich es in einem Rät schaffen. Aber praktisch sind die immer nicht auf genau 35, nein nicht genau, sondern ab 35 Meter zu erschießen. Die stehen manchmal vor dir oder rennen dir die Bude ein, du kommst nicht weg. Die Bude und die Bude und die Bude. Die Bude und die Bude. www.b-3.0-9.00-9.00-9.00.00 Die Bude das hier ist, wenn es nicht so weit ist. Die Bude und die Bude so schnell machen, gehen Sie hin und die Bude das hier aus. wir haben jetzt hier was durchs gebüsch da man hat seine zunge nicht durch den zoll bekommen da draußen geht schon wieder die poste jetzt versteckt er sich wieder jetzt erzähl die ganze zeit das ist doch der mensch wahrscheinlich also eigentlich war es drin ja aber ich habe nichts gehört habe ich dich überschätzt aber irgendwie ging es mit gewünscht der mann hat seine zunge nicht durch den zoll bekommen eingezogen jetzt steht hier ein baum davor wo ist denn der trops also jetzt hören wir auf hier 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 wieder die Bude ein. Wie willst du hier auf 35 Meter kommen, wenn die anderen vor der Fresse rumspringen? Kannst ja derzeit noch mal ein Käffern machen oder selber ein Rät. Dauert bei mir eine Weile. Möglicherweise. Kann auch schneller vorbei sein, als der lieb ist. Na so. So, das muss gezählt haben. 30 dürfen wir jetzt haben. Ja, aber fehlen noch 20. Aber ich mach die einfach nicht mal weg. Und dann, ja. Ich hab das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das macht doch alles gar keinen Sinn. 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 Guckt euch das Theater an. Die sind total beschäftigt. Ich muss ja raus. Ey, das ist mir schon mal passiert, also gestern um genau zu sein. Alles out of dinner. Wenn ich es wenigstens noch erschießen könnte. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Die Beine sind ab, aber er tritt hier Tür ein. Ja gut, eins ist noch dran. Lebe ich überhaupt noch? Oder bin ich jetzt hier? Oder bin ich jetzt hier? Nur macht mein Geist da ja. Was ist das? Ich habe überlebt. Sniper USEC. Naja, mir aufs. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.